In my mind Toll! Hallo? Sag doch mal! Ja, wir werden nicht allein sein. Ich brauche meine Ruhe. Meinen eigenen Platz zum Arbeiten. Das dient nicht der einer Arbeitskollegin meiner Mutter. Nadja. Kommst du nicht mit? Nein, wirklich. Die Arbeit lässt es nicht zu. Schade. So ein Arschloch. Ich bin so ein Arschloch. Ich habe ein Buch geschrieben. Das ist ein Manuskript. Der Verleger findet es scheiße. Der kommt morgen vorbei, um es mir in die Ohren zu haben. Darf ich es mal lesen? Auf keinen Fall. Na? Schon fertig mit der Arbeit? Die ist ja nett. Die Nadja. Ja, sie macht sich Sorgen. Worüber macht die sich dann Sorgen? Wegen der Waldbrände. Das Asche! Das Asche! Wir kriegen das Feuer nicht unter Kontrolle. Felix meinte, dass heute Nacht das Meer leuchtet. Hast du es schon mal gesehen? Ersten ist einmal. Wir ziehen vemos aquilo in die Hose. Das bedarf hier. Wir nehmen uns zu, weil wir ihn mit uns videos Gree, bei uns das Video sind ja auch شي GUESAGE, Complet Subtitel im Auftrag des 600すdaaaaas. Das war ein Salvador. So Reden wir uns einen Slenkript untert Bamboo, das war einyshai Video als das concerned. Und habe 10-Slife-Sرج 然後いца gefl stressful. Bis zum nächsten Mal.